Ein dicker Blocknose. Also macht sich jetzt einfach ein paar Knoten. Und so arbeite ich mich auf deiner Fahrer. Das Update ist fast fertig. 2 Euro für einen Sechser kann man machen. 1 Euro! Jaaaaaa! Ey, 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 ey! Jürgen, was sagst du zu Platz 1 für YouTube? Jaaaaaa! 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 YouTube sagen! Wow, Alter! Jaaaaaa! 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 Sieht immer auf YouTube! Ich bin jungen. Jaaaaaa! Neh, mein Klabat! Neh, mein Klabat! Jaaaaaa! 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 Was willst du für YouTube sagen? Ich will gar nichts sagen! Das hast du jetzt gesagt! Jaaaaaa! 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 Was sagst du zu Nancy? Jaaaaaa! 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 Du hast kapiert. Ich mache Interviews, warte. Ja, warte, wir machen Interviews. Wir machen uns heute für 2. Tag. Für den Vlog, für den Vlog, ey. Der Tag endet nach den ganzen Events. Schreie nicht so, schreie nicht so. In irgendeiner Bar. Wo wir jetzt noch ein bisschen schön bleiben. Du bist dort zu pennen. Mal gucken. So, was geht, Leute? Wir haben die Nacht jetzt endlich überstanden. Ich habe mir jetzt ein Pullover gekauft. Richtig gute Qualität bei Type. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Und auf jeden Fall gucken wir jetzt beim Downhill-Rennen ein bisschen zu. Film ein bisschen gucken. Später ist noch die Profi-Slope-Session. Und ja, viel Spaß beim Video. Überholmanöver! Boah, das war die Felge. Genau den. Kurz vor dem Rennen. Alle haben gerade trainiert. Und jetzt einmal vor dem Rennen ändern sie die Wurzeln. Schneiden die Wurzeln aus. Entspannt. Entspannte Arbeit. S. 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 Alter! Na komm! Wie kann das sein, dass das von außen so aussieht wie... So Leute, was geht ab? Wir sind jetzt auf dem Weg zur Slopestyle Da geht jetzt der Profi-Contest Wir gucken mal was so geht Das ist ziemlich windig Ich drück allen die mitfahren ganz dick die Daumen und freut euch auf dicke Banger Fabi Freerider Ja 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 Jやって Ja 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 Die! Hey, hey, hey! Jo! Der passt das! Jo! Jo! Wuuu! 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 Die Bulls Gold! Wuuu! Halt alle Team und Cielin! Jetzt ehrlich! Du bist die Marsmen Legende! Herzlichen Glückwunsch! Danke sehr, danke schön! Ja, Mann! Wuuu! Wuuu! Ich bin hier jetzt im Auto! Wir haben unseren Schlafplatz gefunden! Morgen mache ich das vernünftige Auto! Aber dass ihr wisst, heute bin ich nicht obdachlos! Bis morgen! So Leute, das ist jetzt das Ende vom Video! Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht beim Ansehen! Ich habe mir auf jeden Fall viel Mühe gegeben! Es war ein richtig geiles Wochenende! Ja, ich laufe jetzt vom Bikepark, hole meine Sachen! Dann fahre ich auch nach Hause! Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche! Ciao!